Ich lade gern mir Gäste ein, alle bei mir recht fein. Man unterhält sich wie man mag, oft bis zum hellen Tag. Es war langweilig, ich mich stets dabei, was man noch treibt und sprich. In des, was mir als wirft, steht frei, duld ich bei Gästen nicht. Und sehe ich es annähert, sich eventiert bei mir, so pack ich ihn ganz ungeniert, herf ihn hinaus zur Tür. So pack ich ihn ganz ungeniert, herf ihn hinaus zur Tür. Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tue? Warum ich das denn tue? Siehst mal bei mir so Sitte, Herr Körn, was so gut. Siehst mal bei mir so Sitte, Herr Körn, was so gut. Du hast, Herr Körn, was so gut. Untertitelung des ZDF, 2020